Das ist mein anderthalbjähriger Enkel Judas und meine 93-jährige Mutter Frieda. Die beiden putzen zusammen den Felssalat für unser Mittagessen. In unserem Mehrgenerationenhaus wohnen wir mit vier Generationen unter einem Dach. So kann auch meine Mutter noch selbstbestimmt leben und sich im Haushalt nützlich machen, was ihr sehr wichtig ist. Damit alle Familien die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, setzen wir Grüne unser Konzept der Familienzentren in allen Kitas in Gießen um. Mein Name ist Gerda Weisen-Kreislich. Ich bin Jugenddezernentin hier in Gießen.